moin moin hier ist wieder euer robin für euch ja ich habe den boss ja spaßeshalber mal ausprobiert und ja was soll ich sagen es lief eigentlich ganz gut und jetzt müssen wir schauen ich habe mit dem kollegen mit dem ich ja letztens immer die bosse gemacht hat ja mit dem habe ich gerade kurz geschrieben er sagte aber was wir erst brauchen ist ben ja 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 gut einmal müssen wir noch so den bänden stelle ich mir jetzt dahin okay, let's see what we can do here Unschall, Mama Nice Good so Oh yeah Good so Good so Gut Jetzt muss ich mir nochmal einen Farmer holen Yes Good now Good so Gut Gut Pham 2 Pham 3 Okay, der eine geht durch, aber So Pham 3 2.280, okay Muss ich doch nochmal gucken Ah, wir haben den falschen gewählt, aber gut Ah, gut Aber ich sag mal so, der andere ist auch nicht schlecht Ah, ich sag mal so, der andere ist auch nicht schlecht Okay, wie weit hat er denn den Reichweiter? Okay, wie weit hat er denn den Reichweiter? Okay, das ist natürlich jetzt ganz cool. Would you try turning it off and on again? I would. Okay. 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 Wir starten mal neu. Okay. So, jetzt müssen wir konstruktiv denken. Wir machen jetzt nicht mit dem wie die Gete spy ports. Okay. 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 Brave discusses. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, dann habe ich da schon mal gegen Stein. Gut, jetzt muss ich auf Ben gehen. Gut, jetzt muss ich auf Ben gehen. Gut, Ben habe ich schon mal, das ist gut. Gut, jetzt muss ich auf Ben gehen. Haha! Gut, jetzt muss ich auf Ben gehen. Gut, jetzt fehlt uns mal wieder der Farmer, aber einen können wir uns auch gönnen. Gut, jetzt geht's. 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 Es war jetzt nicht viel, was die jetzt von vornherein abwerfen, aber gut. Was ist die, was die, was die, was die, was die. so jetzt ist natürlich die frage wo stellen wir den zweiten hin wie groß ist in seinen Radius so 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 Ich probiere es einmal noch aus. Eieiei. So. Also. Wir müssen jetzt mal konstruktiv denken. Einmal probiere ich es noch. Die Klebebomben sind gut. Ich weiß. Soll ich nicht machen. Aber mache ich jetzt trotzdem. So. Und dann kommt jetzt der Nien dahin. 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 Und dann kommt dann der Nien dahin. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ha! Ich möchte jetzt eigentlich nur die erste Runde vom Boss schaffen und dann bin ich schon glücklich. Duuude! Ist halt jetzt echt das Ding, was mache ich? Ich sag mal so, Vortex ist schnell und wir brauchen jetzt auf jeden Fall was gut ist. Na ja, wir haben ja kein Helikopter. Ich weiß nicht, ob der hier gut ist, aber... ... 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 Okay ... ... ... ... ... ... ... Also, nagelstumm ist gut. Er war ja kurz vor Ende. Executing hack. Executing hack. Game over, man! Executing hack. Have you tried turning it off and on again? Okay. Gut, aber das könnte das Rätselslösung sein. Nein, die Hütten brauchen wir nicht. Aber das könnte Rätselslösung sein. Ist natürlich jetzt das Ding. Das war ein Insta-Affe. Das war's. Einen Schiff? Tief durchatmen 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020